Total Diamond PS, ein dunkelbrauner Hengst, 2018 geboren von Totilas Sir Donnerhall. Hier wird er uns präsentiert von Randy Röhring. Total Diamonds Pedigree gibt eigentlich schon vor, dass er ein absoluter Top-Sportler werden wird. Sein Vater Totilas war dreifacher Weltmeister und seine Mutter Special Diva Reitpferde-Bundeschampioness, ehe sie in die Zucht eingestellt wurde. Total Diamond, ein Hengst, der stark gefragt ist, präsentiert sich hier in schon sehr kadenziertem Trabablauf in herrlicher Bergauf-Silhouette und einem sehr elastisch durch den Körper gesprungenen Grundgalopp. Es sieht aus, als würde er nur so mit seiner Grundgaloppade spielen und hätte riesig Freude daran. Es ist auch egal ob linke oder rechte Hand, der Galopp ist herausragend. Ja und wir sehen es hier, Brandy klopft ihn sehr locker, gelassen da oben sitzend. Und Total Diamond präsentiert sich, glaube ich, sichtlich zufrieden im starken Schritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017